Ich habe über die Sache, wieder die ich bin, noch nicht gesiegt. Ich habe aber auch noch nicht verloren. Ich erkläre mich als im Zustand des totalen Krieges. Dadurch, dass ich so schwer erkrankt bin, beweise ich, wie schlecht Gottes Welt ist. Und dadurch stelle ich die schwächste Stelle im Organismus Gott dar, der ja als ein solcher Organismus nicht stärker sein kann als seine schwächste Stelle, nämlich als ich. Wenn ein Leid geschehen ist, ich muss auch darum geklagt werden. Ich finde das richtig so. Ich bin jung. Ich bin reich. Und ich bin gebildet. Ich habe Angst, dass ich es nicht mehr schaffen könnte. Ich arbeite. Vielen Dank.